Streit in einer Beziehung ist ganz normal und lasst sich nie komplett vermeiden. Aber eine Sache kann eine Beziehung zerstören und zwar Eifersucht. Bis Mitte 20 war ich wirklich sehr eifersüchtig und habe so nicht nur meiner damaligen Beziehung, sondern auch mir selber sehr damit geschadet. Mittlerweile würde ich mich überhaupt nicht als eine eifersüchtige Person bezeichnen. Wie ich diese negative Eigenschaft ablegen konnte und wie du das auch schaffen kannst, darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich bin dein Host Marcel Clementi und teile meine Tipps für ein glückliches und gesundes Leben. Herzlich willkommen beim Good Vibes Podcast. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, will ich noch schnell die Gewinnerin vom Ticket für das Good Vibes Festival 2023 bekannt geben. Und zwar hat dieses 3-Tages-Ticket die Lisa gewonnen. Ich habe sie bereits auf Instagram kontaktiert. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich schon, wenn wir uns da in Seefeld treffen. Und für alle, die noch kein Ticket haben, das Early Bird Ticket gilt jetzt noch bis Ende des Jahres, also bis 31. Dezember, wenn du Lust hast auf 3 Tage Yoga, gute Laune, Good Vibes Only, leckeres Essen und Musik. Dann schaust dir gerne an. Ich freue mich, wenn wir uns dann beim Good Vibes Festival kennenlernen. Falls du den Good Vibes Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das nur ganz schnell, damit du keine weiteren Folgen verpasst. Und ich freue mich immer sehr über eine Bewertung auf Spotify oder Apple oder wenn du diese Folge mit deinen Freunden teilst. Es spielt keine Rolle, ob du im Moment in einer Beziehung bist oder im Moment Single. Egal ob glücklicher Single oder unglücklicher, Eifersucht ist für jeden ein Thema. Ich bin kein Beziehungsexperte, ich zeile in diesem Podcast nur meine persönliche Meinung. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man sich seinen idealen Partner vorstellen sollte, ihn quasi visualisieren sollte und sich die Frage stellt, worauf man eigentlich achtet und welche Eigenschaften für eine glückliche Beziehung wirklich wichtig sind. Doch bevor man den richtigen Partner in sein Leben ziehen kann, muss man auch der richtige Mensch mit den richtigen Eigenschaften sein. Wenn ich mir jemanden wünsche, der nicht eifersüchtig ist, dann darf ich auch nicht eifersüchtig sein. Wünsche mir einen Partner, der mich so liebt, wie ich bin, dann muss ich mich zuerst selber so lieben und vollständig akzeptieren. Anstatt sich also die Frage zu stellen, wie soll die Menschen sein, die ich in meinem Leben haben möchte, stell dir lieber die Frage, wer möchte ich sein, um die richtigen Menschen in mein Leben zu ziehen. Und das gilt nicht nur für Beziehungen. So habe ich das bei meiner Freundin gemacht, aber auch bei neuen Freundschaften. Und ich kann sagen, es funktioniert. Bevor ich spannende Menschen in mein Leben bringen konnte, habe ich zuerst selber zu einer spannenden Person werden müssen, um diese neuen Freundschaften anzuziehen. Bevor ich meine Freundin kennengelernt habe, habe ich mir sogar in my journal geschrieben, wie meine ideale Partnerin sein sollte. Und dann habe ich mir diese Frage gestellt, okay, was muss ich dafür machen, wie muss ich sein? Und habe dann an mir gearbeitet. Aber zurück zum Thema Eifersucht. Was ist Eifersucht? Eifersucht ist ein Gefühl, das nicht nur dem schadet, der die Eifersucht abbekommt, sondern auch der Person, die sie verspürt. Du schadest damit nicht nur deiner Beziehung, sondern auch immer dir selbst. Eifersucht ist ein Gefühl und Gefühle werden durch unsere Gedanken und unsere Erlebnisse erzeugt. Das bedeutet, Eifersucht entsteht meist in unserem Kopf. Und wie wir im Yoga lernen, wir sind nicht unsere Gedanken. Wir können lernen, unsere Gedanken zu kontrollieren. Mit Meditation, beispielsweise auch mit Eisbaden, wenn dein Kopf dir sagt, nein, geh da jetzt nicht rein, nee, das ist kalt. Und nur wenn dann antwortest, doch, wir gehen da jetzt rein. und du dann die Schritte machst in das kalte Wasser, dann hast du die Kontrolle über deine Gedanken gewonnen. Das bedeutet, wir können uns bewusst dafür entscheiden, nicht mehr eifersüchtig zu sein und nicht mehr eifersüchtig sein zu wollen. Jetzt hat er mich wiederholt. Also wir können uns dafür entscheiden. Man kann nicht sagen, ich bin halt so. Das kann ich nicht ändern. Das ist keine Ausrede. Man kann sich verändern. Man kann sich bewusst dafür entscheiden. Vielleicht hast du in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht, wurdest in irgendeiner Weise betrogen und hast jetzt Schwierigkeiten, anderen zu vertrauen. Doch was kann dein jetziger Partner dafür, dass dich jemand in der Vergangenheit hintergangen hat? Nichts. In meinen Augen ist es dann unfair und eine viel zu leichte Lösung, quasi eine Ausrede, sich einfach auf die Vergangenheit rauszureden. Es ist total unfair, dem neuen Partner deine negativen Gefühle und deine Erinnerungen vorzuhalten und ihm so das Leben unnötig schwerer zu machen. Die Arbeit liegt dafür also immer an uns selber, weniger oder gar nicht mehr eifersüchtig zu sein. Manch einer würde jetzt vielleicht sagen, ein bisschen eine Eifersucht gehört dazu, weil sonst wird die Beziehung langweilig oder sonst bin ich meinem Partner ja egal und dem würde ich überhaupt nicht zustimmen. Eifersucht ist ein Zeichen, dass ich jemand anderen kontrollieren will. Es ist ein Zeichen von Unsicherheit. Eine Angst, jemanden an eine andere Person verlieren zu können. Und das Gefühl Angst, warum haben wir Angst? Angst ist dazu da, um uns vor Bedrohungen zu schützen. Doch diese Bedrohungen sind oft gar nicht real, sondern passieren nur in unserem Kopf und sind somit komplett überflüssig. Das sorgt, dass ich dieser Person, meinem Partner oder der Person, die gerade date, es muss ja nicht die fixe Partnerin sein oder der Partner, dass ich dieser Person nicht zu 100% vertrauen kann und sie so nicht komplett sein darf, wie sie eigentlich ist. Natürlich soll es in einer Beziehung Regeln geben, an die sich dann aber auch beide Partner halten müssen. Doch diese Regeln, die legt man selber fest. Nicht die Gesellschaft, nicht deine Eltern, sondern du und dein Partner beziehungsweise deine Partnerin. Und diese Regeln, die muss man klar miteinander kommunizieren. In der Gesellschaft ist Eifersucht etwas ganz Normales. In Filmen, da hintergehen sich Paare regelmäßig. Es gibt Seitensprünge, Streitereien und eifersüchtige Partner. Der Mensch an sich wird leider von so negativen Dingen angezogen und das erhöht dann die Einschaltquoten. Umso wichtiger ist es, sich daran zu erinnern, dass es nur Filme sind und nicht der Realität entsprechen. Schwierig wird das Ganze natürlich, wenn mehr und mehr äußerliche Einflüsse dir einreden wollen, Eifersucht sei doch ganz normal. Als ich beispielsweise vor ein paar Jahren mit meiner Freundin zusammenkommen bin, da hat sie von Anfang an akzeptiert, dass ich regelmäßig auf Yoga-Retreats fahre. Also bin an den Wochenenden weg und anfangs waren diese Retreats auch hauptsächlich mit Frauen gefüllt. Also ich würde sagen zu 99%. In letzter Zeit ist es immer mehr und mehr gemischt. Also Männer und Frauen sind dabei, aber am Anfang waren da wirklich großteils nur Frauen dabei. Und meine Freundin hat es akzeptiert. Sie hat es akzeptieren müssen. Ich sage nicht, dass es selbstverständlich ist, aber hätte sie es so nicht akzeptiert, dann hätte diese Beziehung nicht funktioniert. Wir haben ganz am Anfang schon ehrlich darüber gesprochen und ich habe ihr meine Sichtweise erklärt, dass das nun mal meine Arbeit ist, dass das für mich keinen Unterschied macht, ob da jetzt Männer dabei sind oder Frauen und dass sie sich überhaupt keine Sorgen machen braucht, weil ich mich ja für sie entschieden habe und ich unsere Beziehung gegen nichts anderes eintauschen würde. Und damit war die Sache erledigt, zumindest für uns zwar. Weil immer wieder sind Verwandte oder Bekannte zu ihr kämen und haben gesagt, stört dir das nicht, dass der Marcel so oft unterwegs ist? Und dann auch noch mit so vielen Frauen in so schönen Hotels. Also ich kann damit nicht umgehen. Da musst du doch eifersüchtig sein. Und eine Beziehung wird immer dann noch schwieriger, wenn sich mehr als zwei Personen beteiligen, also wenn sich Leid einmischen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Die Alina, meine Freundin, vertraut mir so sehr, dass sie das dann nicht interessiert und sie hat ganz locker geantwortet, das ist seine Arbeit, mich stört das nicht. Wie aber gelingt es meiner Freundin, dabei so ruhig zu bleiben? Indem ich ihr noch nie das Gefühl geben habe, sie müsste eifersüchtig sein. Wir waren von Anfang an ehrlich miteinander und wir haben immer über alles gesprochen. Nicht nur über die guten Sachen, sondern auch über die schlechten. Über unsere Gefühle, über unsere Ziele, über die schönen Dinge, aber auch über Ängste und Sorgen. Noch bevor Eifersucht eintreten könnte und so uns und unsere Beziehung unnötig belasten würde, haben wir uns hingesetzt und offen und ehrlich darüber gesprochen. Ich habe ganz ehrlich kommuniziert, wie sehr ich mich auf diese Retreats freue und was das für ein großer Bestandteil meines Berufes ist für mich. Und dass ich sich eben keine Sorgen machen müsste, weil so eine tolle Frau wie sie ist, würde ich sowieso nie wiederfinden und niemand ergänzt mich so gut wie sie. Und damit war dieses Thema dann erledigt. Würde man da ganz anders an diese Sache herangehen und das Thema einfach totschweigen und ich auf meinen Retreat fahren mit der Einstellung, ja, ich habe das davor schon so gemacht, das kann mir egal sein, das ist halt mein Job, das werde ich jetzt nicht ändern, ohne mich dabei in die Lage von meiner Partnerin hinein zu versetzen, dann wäre das in meinen Augen nicht fair. Weil immerhin sind wir ein Team, wir wollen das ja gemeinsam machen. Würde meine Partnerin mich versuchen einzusperren, das wäre dann das andere Extrem und sagen, hey, du fährst jetzt nicht mehr auf diese Retreats, schon gar nicht, wenn da nur Frauen dabei seien, du darfst dann quasi nicht mehr fahren, dann würde sie mich nicht nur beruflich komplett einschränken, sondern somit auch unsere Beziehung gefährden. Also würde nicht funktionieren. Es ist sehr wichtig, immer beide Seiten zu betrachten und auch immer wieder mal die Perspektive zu wechseln, sich immer wieder auch mal in die Lage, in die Situation von deinem Gegenüber hinein zu versetzen. Und was auch überhaupt keinen Sinn macht, ist es deinem Partner etwas zu verbieten. Das ist wie bei einem Kind, dem du die Süßigkeiten verbietest. Und da habe ich eine lustige Geschichte, und zwar habe ich mit meinem Cousin früher oft Verstecken gespielt und bei uns war das so, also ich habe als Kind so viele Süßigkeiten essen dürfen, wie ich wollte. Dementsprechend war er ein bisschen fester, ein bisschen molliger, bis ich 13 war. Meine Eltern haben mich da schon ein bisschen verwöhnt mit den Süßigkeiten. Und mein Cousin, der hat nichts Süßes essen dürfen. Und immer dann, wenn wir Verstecken gespielt haben und er sich versteckt hat, dann habe ich gar nicht lange suchen müssen. Ich habe genau gewusst, wo er sitzt, und zwar in meinem Süßigkeitenkastel. Da hat er sich versteckt und hat dann heimlich Schokolade gegessen und die ganzen Mauam und die ganzen Zuckerlen, weil er das daheim nicht dürfen hat. Also wenn wir etwas verbieten, dann macht es das Ganze nur noch spannender, noch interessanter. Es macht daher keinen Sinn, deinen Partner oder deine Partnerin einzusperren. Also einsperren darf man sich sowieso nicht, rein rechtlich nicht. Ich meine damit, Dinge zu verbieten oder sagen, ich will nicht, dass du ausgehst. Ich will nicht, dass du auf diese Feier gehst, dass du, keine Ahnung, auf dieses Yoga-Retreat fährst. Mir hat auch schon mal jemand erzählt, dass sie zu meinem Retreat gefahren ist und ihr Freund gesagt hat, was zu dem Vorstufe Retreat? Na, sicher nicht. Das erlaube ich da nicht. Und ja, sie ist dann trotzdem gefahren. Ich habe da nicht mehr lang nachgefragt. Aber das ist auf jeden Fall nicht die richtige Lösung. Wenn du lernst, und das kann man nicht einfach so, aber das kann man ja üben, auch mit seinem Partner. Wenn du lernst, richtig zu kommunizieren und deinem Partner deine Gefühle mitzuteilen, dann wird dir dein Gegenüber auch viel besser verstehen. Weil niemand kann in den anderen hineinschauen. Und man kann sich nicht denken, ja, das war es ja eh selber. Na, man kann ja offen drüber reden. Und wichtig ist dann auch, dass immer dasselbe Recht für beide gilt. Es wäre verrückt zu sagen, dass wenn jetzt meine Freundin beruflich auf eine Fortbildung muss und da wären nur Männer, dass ich dann sage, ja, da fährst du sicher nicht hin. Das geht nicht. Das funktioniert dann nicht. Also Vertrauen und eine ehrliche und klare Kommunikation braucht es, um Eifersucht zu bekämpfen. Falls dir dieser Podcast in irgendeiner Art und Weise hilft, dann hätte ich eine kleine Bitte an dich. Ich stecke da wirklich so viel Arbeit und so viel Vorbereitung in diese Folgen und wenn du dir kurz die Zeit nehmen könntest und diese Folge auf deinem Social Media Kanal teilen würdest oder an zwei, drei deiner Freunde auf WhatsApp weiter schickst, mich weiter empfiehlst, dann hilft es nicht nur mir, sondern auch den anderen, die dann leichter diesen Podcast finden. Vielleicht macht jemand gerade eine schwierige Zeit durch und braucht genau solche Tipps und ein paar Good Vibes, um glücklicher zu sein und somit hilfst du nicht nur mir und meiner Arbeit, sondern auch anderen, um diesen Podcast zu finden. Es dauert keine 60 Sekunden, eine Bewertung zu hinterlassen auf Spotify oder Apple. Also es wäre eine riesen, riesen große Unterstützung und den Kanal natürlich zu abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast und ich sage riesen, riesen großes Dankeschön. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Vertrauen. Vertrauen ist etwas, das man nicht jedem sofort schenken sollte. Das ist zumindest meine Meinung. Ich denke, Vertrauen sollte langsam aufgebaut werden. Nicht nur mit Worten, das können auch leere Worte sein, sondern auch mit Taten, die dahinter stehen. Umso verlässlicher und vertrauenswürdiger jemand ist, über längere Zeit, desto dicker wird dieses Band des Vertrauens. Und gibst du jedem sofort dein Vertrauen und wärst dann aber enttäuscht, dann wird es wesentlich schwerer, neuen Menschen dieses Band des Vertrauens quasi zu übergeben. Wie bereits erwähnt, finde ich das dann unfair, wenn dein neuer Partner oder neue Freunde es schwierig haben, dieses Vertrauen zu bekommen, nur weil das in der Vergangenheit jemand ausgenutzt hat. Es sind zwar unterschiedliche Menschen, zwei unterschiedliche Beziehungen. Und so sollte man es auch betrachten. Jede Beziehung ist dann ein Neustart. Und damit du bereit bist, um diesen Neustart einzugehen, musst du an dir selber arbeiten. Da kann dein Gegenüber nichts dafür. Wenn du dann mit dieser Basis startest und sich dein Gegenüber mit der Zeit dein Vertrauen verdient und dir sorgt, dass es ernst mit dir mauernd, dass du ihm wichtig bist, dann wächst dieses Band und wird immer dicker. Dieses dicke Band wird dann nicht so leicht zerstört und dann gibt es auch keinen Grund mehr für Eifersucht. Die Beziehung kann somit wachsen und jeder kann in dieser Beziehung sein und bleiben, so wie er ist, ohne den anderen besitzen zu wollen, ohne den anderen kontrollieren zu wollen. Mit denselben Werten und mit ähnlichen gemeinsamen Zielen kann man dann gemeinsam wachsen. Somit wird es auch völlig egal, ob sich andere in deine Beziehung einmischen, was andere dazu sagen, weil du deinem Partner zutiefst vertraust. Schwierig wird das Ganze nur, wenn dieser Partner das Vertrauen dann einmal bricht und dich belügt oder unehrlich ist, untreu, dieses Band dann wieder zu flicken, ist keine leichte Aufgabe. Eifersucht ist ein Gift, das sich nicht nur auf den anderen überträgt, sondern auch immer auf dich selber. Das Gegengift dazu ist Vertrauen. Vertrauen in die andere Person, aber noch viel wichtiger, das Vertrauen in dich selber, deinen Wert zu kennen, Selbstvertrauen zu haben. Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, warum ich denn so eifersüchtig war. Und meine Antwort, ganz klar, ich war unsicher. Ich habe Ängste gehabt, wie, was ist, wenn sie jemand Besseren findet als mich? Und die Reaktion drauf, sie darf keinen Besseren finden, daher soll sie beispielsweise am Wochenende nicht feiern gehen. Diese Angst strahlst du aus und die lässt dich nicht nur total unsicher wirken und macht dich nicht nur selber unglücklich, sondern du wirkst dadurch auch total unattraktiv für deinen Partner, für deine Partnerin. Die richtige Frage, der richtige Gedankengang lautet, wer muss ich sein, damit mein Partner, meine Partnerin niemand Besseren finden kann als mich? Dieses Selbstvertrauen zu haben und an dir zu arbeiten, dass du so gut bist, dass ich gar niemand Besseren finden kann. Punkt. Dann gibt es auch keinen Grund zur Sorge. Nimm dir gerne mal die Zeit und stell dir die Fragen. Bin ich liebevoll genug? Bin ich aufmerksam? Höre ich zu und nehme mir genug Zeit für meinen Partner, für meine Partnerin? Kümmere ich mich gut um meine bessere Hälfte? Was ist an mir attraktiv? Und was kann ich machen, um noch attraktiver zu sein? Und es muss nicht immer nur was Körperliches sein, ein neuer Haarschnitt, eine neue Unterwäsche oder irgendeine Veränderung am Körper. Das kann auch genauso gut die Arbeit in dir drinnen sein, dein Charakter. Mehr Selbstvertrauen kann die attraktiver machen. Eine neue, lockere Art, mehr Lebensfreude, Humor oder einfach eine schöne Ausstrahlung. Sei so im Reinen mit dir und arbeite ständig an dir selber und diese Unsicherheit wird komplett verschinden. Und was bleibt, ist eine glückliche Beziehung ohne jeglichen Grund zur Eifersucht. eine Beziehung, in der jeder so sein kann, wie er ist und du mit deinem Partner gemeinsam wachsen kannst. Ganz ohne Kontrollzwang und ganz ohne den Wunsch, den anderen zu besitzen. Eine gemeinsame Freiheit. Ich denke mir immer, die richtige Frau an meiner Seite ist treu und ehrlich. Und würde mich meine Partnerin betrügen, dann wäre sie nicht die richtige Frau für meine Seite. Ich kann es nie kontrollieren, ich kann nicht jede Situation kontrollieren um mich herum, ich kann meine Partnerin nicht einsperren und kann und will auch gar nicht Dinge verbieten. Ich kann immer nur entscheiden, wie ich auf die Situation reagiere, wie ich bin, wie ich sein möchte und mich bei Bedarf verbessern. Ich bin bereit, in einer Beziehung alles zu geben, nicht nur 50%, sondern 100%, dann spricht man von unconditional love und dann denke ich immer dran, wenn du alles gibst und dich jemand nicht schätzt, dann hat er die nicht verdient. Das war's für heute vom Good Vibes Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du kannst was mitnehmen. Bitte vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du keine weiteren Folgen verpasst vom Good Vibes Podcast, aber auch zahlreiche Yoga-Videos und Meditationen. Falls du die Folgen schon früher hören möchtest, dann schau gerne auf Spotify oder Apple vorbei und es gibt gute Neuigkeiten. Nächstes Jahr startet mein erstes Mindset-Seminar, also all diese Themen, über die wir hier im Podcast sprechen, Liebe und Beziehung, Erfolg, Glück, Gesundheit, Fitness, Moderne, Spiritualität, all das gibt es im Mindset-Seminar nächstes Jahr. Alle die Infos findest du auf meiner Webseite www.marcelclementi-yoga.com Alle Infos dazu in der Videobeschreibung mit allen Yoga-Events, dem Festival, meiner liebsten Yoga-Matte, alles nachzulesen unter diesem Video und ich freu mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen bei einer neuen Folge vom Good Vibes Podcast. Falls es ein Thema gibt, was dich sehr interessiert, wo du willst, dass ich drüber quatsch, dann schreib es gerne in die Kommentare und dann wünsche ich dir noch ein ganzer feines Tagele. Pass auf die auf, bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.